Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herdringer Online. Ja, ihr habt es gemerkt, die letzten zwei Tage, die Freitags- und die Samstagsaufnahme, waren etwas stümmer. Da hatte ich leichte Schwierigkeiten mit dem Mikro, beziehungsweise ich habe den Fehler auch, nachdem ich ja die Abonnenten darauf hingewiesen habe, weil ich selbst habe es nämlich nicht kontrolliert. Ich habe es so hochgeladen, ohne zu kontrollieren. Passiert ab und zu, aber naja. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Ton. Ihr habt eigentlich vom Gesabbel her nicht viel verpasst. Ich hatte eigentlich immer nur so ein bisschen die Instanzen erklärt, dass man da am besten das farben kann, wie die Bosse funktionieren. Und wie ihr gesehen habt, bei der Spiegelhalle habe ich ja sogar den Hartmut verbrochen. Und der Hartmut im Wasserwerk, den haben wir gar nicht erst angegangen, weil wir dafür etwas andere Bosse gebraucht hätten. Ja, ansonsten, ich habe es euch dann halt bei Stumm gezeigt, wie das aussieht. Und wir haben jetzt erstmal hier oben eine große Anzahl an Quests abzugeben. Ich war auch beim Schmiedemeister, habe nochmal alles hier auf dem aktuellsten Stand geschmiedet. Und dann können wir jetzt in aller Ruhe erstmal hier die Quests abgehen gehen, die wir eigentlich so ganz nebenbei gemacht haben. Wie ihr seht, es gibt auch richtig fette EP. Ich habe es natürlich wieder auf die Silberzeichen der Glorien abgezählen, als weitere Tauschwährung. So, das wären die Quests gewesen aus der Spiegelhalle. Jetzt geht es runter nach Inallandum, ins Wasserwerk. Der Schatten Mordors wird sich nicht für lange in den Hallen Kassadums breit machen. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu vertreiben. Der Schatten Mordors wird sich nicht für lange in den Hallen Kassadums breit machen. So, damit haben wir hier jetzt, wie gesagt, eine riesengroße Anzahl an Quests abgeschlossen. Wie ihr sehen könnt, fast zehn Stück. Aber unser Hauptaugenmerk liegt ja eigentlich hier. Wir müssen ins Feuerherz runter. Und dementsprechend würde ich sagen, das Feuerherz ist am schnellsten eigentlich zu erreichen. Wenn wir von hier aus mit der Ziege nach Delftblick reiten, das ist schneller als mit unserer manuellen Ziege. Dann reiten wir in die überschattete Zuflucht oder überschattete Kammer oder wie die heißt. Lasst mich mal eben gucken. So, erstmal die Tastatur wieder richtig hinlegen. Ähm, tiefer Abgrund. Da können wir dann gleich die Quests für die verlorene Schatzkammer wieder annehmen, die wir beim letzten Mal abgebrochen hatten, damit wir die Quests für Spiegelhalle und Wasserwerk annehmen konnten. Und diesbezüglich können wir dann in aller Ruhe dann in der nächsten Zeit dann das, ähm, das, die du, das hier, genau, äh, können wir dann nochmal versuchen für das, ähm, für die vergessene Schatzkammer zu suchen. Und, ja, wie können wir dann weiter vorgehen? Also, ich versuche jetzt natürlich heute noch so viel wie möglich vom Buch 5 zu schaffen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ins Feuerherz da eine Bestellung abholen. Um, wie ihr erledigen könnt, einmal für Herrn Masok ein paar ordentliche Fesseln aus Mithril zu fertigen, weil Mithril reißt ja immerhin nicht so schnell wie Eisen. Und Masok hat es ja nun mal geschafft, mit puren Händen, in bloßer Kraft seine Eisenfesseln aus Elbenfertigung zu zerreißen. Und das hat schon was zu bedeuten. Ein ansonsten Feuerherz. Dann müssen wir, wenn wir im Feuerherz waren, glaube ich, wieder runter in die überschattete Zuflucht. Oder nach Lorien. Oh nein. Hoppla, ja. Wenn man mal wieder nicht dran denkt, dass man noch ein Browserspiel im Hintergrund offen hat. Einmal kurz den Ton ausgemacht. Und, ja, dann geht es jetzt erstmal manuell weiter. So. Oh, Schildi Wächter. Wenn ich jetzt nicht so ein Zeitdruck wäre mit dem Buch, würde ich ja stumpf sagen, lasst uns da nochmal mitgehen. Um nochmal ein paar Münzen abzugreifen. Aber, ja, brauchen tun wir es ehrlich gesagt gerade nicht. Aber wo wir jetzt gerade schon mal erst hier sind, dann geht es erstmal trotzdem hier hin. Eben schnell die Quests unten annehmen. Hier waren wir ja schon mal beim letzten Mal. So viele sind es nicht. Schenkt mir einen Augenblick und sprecht mit mir. Viele widerliche Kreaturen leben tief unter dem Gebirge. Ich fürchte, die Orks werden unsere geringste Sorge sein. So, das wäre das. Und wie ich gerade leider Gottes gesehen habe, ziehen wir hier trotzdem noch Akko. Wir hätten auch von den Rothornadern reingehen können. Das wisst ihr ja. Von den Silberzinnadern, das Feuerherz liegt ja zwischen den beiden Erzbereichen. Und die beiden Erzbereiche liegen ja auch ungefähr auf gleicher Höhe. Wir waren ja alles damals hier so richtig gut und freundlich. Wir haben ja hier wirklich alles an Quests weggehauen. Und dementsprechend sollte das wohl hoffentlich klappen, dass wir morgen Abend dann Richtung... Ich kriege die Krise. Ah, Mann. Heute kommt wirklich eine Katastrophe auf die anderen. Erst das Off-the-Browser-Game, jetzt noch ein Anrufen. Naja, den ignoriere ich einfach mal. So, runterspringen? Ja, runterspringen. Wir kommen direkt überhalb des Tores raus. Dementsprechend ist das nicht so schlimm. Und diese paar Sekunden Fallschaden sind auch schnell wieder geheilt gewesen. So, jetzt sind wir wieder mal in dem Korridor. Ich wundere mich, dass die Zwerge hier die ganzen Nester noch nicht zerstört haben. Also, wenn ich hier bei so einer wichtigen Klamotten wäre, hätte ich garantiert die ganzen Nester und Glopsnager und was weiß ich alles schon ziemlich kaputt gekriegt. Naja. So, da sind wir wieder. Wir sind im Feuerherz. Und da vorne ist unser lieber Zwerg, zu dem wir müssen. Hm, eine geringe Menge Mithril. So, jetzt wird es wieder eklig. Jetzt müssen wir von hier aus nämlich wieder hoch, ähm, ähm, ja. Ich bin gerade überlegen. Opferrichter für den Port? Ich glaube eher nicht. Ja, wir sind jetzt am Feuerherz. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall wieder ins Lager der Ruhe. Und vom Lager der Ruhe geht es dann nachher wieder in die überschattete Zuflucht. Und wenn wir in der überschatteten Zuflucht sind, haben wir noch eine Instanz, soweit ich das mitgekriegt habe. Und dann war es das mit dem Buch. Das heißt, ich hoffe, dass wir alle wieder das hier hinkriegen. Und ich riskiere auch gerne wieder eine etwas längere Folge heute. Hauptsache, wir kriegen das durch. Weil ich weiß, dass die Instanz doch, ähm, ja, noch ein bisschen, ähm, ich sag's mal vorsichtig, ein bisschen schwieriger wurde. So, dann wieder rauf auf die Ziege. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Aber da ich ja leider weiß, dass wir den Port zur 21. Heile unter Umständen noch brauchen, will ich es jetzt natürlich auch nicht riskieren. Hier lang. Oh, wir reiten jetzt einfach mal blindlegs dran vorbei. Wir kriegen zwar Akku, aber ich hoffe, dass wir nicht abgemontet werden. 200 Leben hat unser Pferdchen. Wir sind schon aus der Reichweite geritten. Das heißt, wir sind ohne, äh, Schaden zu kriegen dran vorbei. Das ist gut. Und dann geht's auch relativ zügig jetzt wieder hoch. Dann nehmen wir wieder die Schnellreise. Beziehungsweise die, äh, Route. Und, ähm, wobei wir können eigentlich, wenn wir oben sind, 21. und dann, ja, wir nehmen 21. gleich, wenn wir in Delftblick sind. Und von Delftblick 21. 21. wieder Gärten von Moria. Und wenn wir in den Gärten sind, geht's dann wieder schnell eben durch die zerstörten Hallen ins Lager der Ruhe. Das sollte eigentlich eine relativ gute Route sein. Ah, ich muss aber auch wieder Zug geben. Das Steinrad ist immer auch noch, trotzdem immer noch ein schönes, ähm, Gebiet. Also hier bin ich auch gerne. Aber, ähm, ich sag's mal so. Die Gebiete, man sieht sie, man reitet dran vorbei und das war's. Als wir jetzt beispielsweise in die, ähm, in den Thronensaal von Dugit eingedrungen sind. Die Wasserfälle, die waren auch wunderschön. Ich finde, sowas sollte im Spiel begehbar sein und nicht nur in diesen Instanzen eingesetzt sein, wo die man nur ein einziges Mal betritt. Es sei denn, natürlich, man macht den Spiegelteich, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht schön. Das sind so schöne Gegenden gewesen, wo wir uns schon durchgekommen sind. Und trotzdem kommen wir da irgendwie nicht hin. Also im Sinne von, wir kommen da nicht wieder hin, indem wir da regulär dran vorbeireiten. Aber, ja, ich finde es persönlich immer noch schade. Also im Sinne von, wir kommen da nicht wieder hin. So, da sind wir wieder im Lager der Ruhe angekommen. Gingen ja relativ zügig durch die Schnellreisen. Ansonsten hätte es wieder relativ lange gedauert. Ihr kennt das Spielchen ja. Und da sprechen wir mal wieder mit Bräun. Wir sind uns uneinig geworden mit den Elben aus Lothlorien. So, jetzt müssen wir wieder runter in die überschattete Zuflucht. Was ist das noch für Quest? Wiederholung, Solo. Hm. Also wir können die Instanzen theoretisch auch nochmal Solo gehen. Das ist mir nämlich beim letzten Mal auch entfallen. Deswegen hatte ich mir die Gruppe gesucht. Wie ihr sehen könnt, ihr müsst da nicht mehr in die Gruppe rein. Aber, das hat sich halt angeboten. So, jetzt gibt es das ganze Spielchen wieder umgekehrt. Jetzt müssen wir wieder zurück. 2000 Meter in Moria. Das ist eigentlich eine ganz schöne Strecke. 2 Kilometer in Moria zu latschen. Und dementsprechend geht es jetzt wieder zurück zur 21. Mit der Schnellreise. Und mit der Schnellreise von der 21. Wieder zur überschatteten Zuflucht. Und dann haben wir noch die Instanz. Möge Durin bald in seine Hallen zurückkehren. So, wir sind wieder in der 21. Und jetzt geht es runter in die überschattete. Und wenn wir unten angekommen sind, geht es direkt nach links. Es tut mir leid. Bruins Besorgnis ist berechtigt. Doch eine ernsthafte Angelegenheit hat sich offenbart. Seit ihr Margor gerettet habt, ist er unentwegt durch die Tiefen gewandert. So, jetzt geht es nochmal zurück. Wir gehen wieder nach Ad Sanctura, wo wir schon mal drin waren. Und dementsprechend geht es los. Das ist übrigens auch... Ich bringe euch zu Margor, sodass ihr nach dem Relikt sehen könnt, das er entdeckt hat. In den Tiefen von Asanaruka hat die Zauberei von Gurutul etwas Böses erweckt, das nicht ignoriert werden darf. Ihr seid mit Margor in die finsteren Bereiche gereist und müsst die Bedrohung beseitigen, bevor es zu spät ist. Eine eindeutige Mission, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch endlich es wieder geschafft, mal Kampf- und Schutzkunden herzustellen wieder. Habe auch mal wieder ein bisschen Beruf gemacht. Und jetzt geht es weiter. Wie lange hält der Rest denn noch? Vier Minuten, okay, können wir auch nach buffen. Wo wir schon mal da sind. Ich sehe ihn jetzt schon. Direkt vor uns. Wir sind wieder inspiriert. Und dementsprechend sind diese Bereiche eigentlich kein Problem. Früher war das eine 6-Mann-Instanz. Bevor man die jetzt solo machen konnte. Und dafür dann immer wieder die Leute zu finden, war immer relativ schwer. Ja. Selbst Edmi hat 26k Leben. Also da an diese Lebenszahl könnte man sich bei ihr eigentlich gewöhnen. Oh. 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 Ah, was mag hier wieder passieren? Ich schon wieder diese Nervensäge. Die haben wir doch schon beim letzten Mal plattgeschoben. Ich habe so das Gefühl, das interessiert ihm aber nicht wirklich. Mal eben schnell ins Inventar greifen. Ah, gut. Eine Hoffnungsmünze schmeißen. Weil auch wenn wir eine Inspiration haben, das Grauen muss ehrlich gesagt nicht sein. So, falsche Reihe. 30.000. Weil wie ihr sehen könnt, so groß ist die Instanz auch nicht wie beim ersten Mal. Also das ist auch relativ schnell dann erledigt hier drin. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist eine ganz schöne Nervensäge. Ja. 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 Aua. Also dieses Kicken tut doch so ein bisschen weh. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, um wieder auf das nächste Buch zu kommen, ich freue mich schon so richtig auf den Düsterwald. Das ist so richtig passende Stimmung. Es ist dunkel, es ist düster, es ist trüb. Also perfekt für mich, finde ich. Aber wenn man mal bedenkt, dass wenn wir in Düsterwald anfangen zu questen, wir spielen ja mehr oder weniger die Ablenkung da, damit die Jungs unsere Ringgruppe Manometer erst denken, dann sprechen. Ja, wir spielen ja im Prinzip den Angriff auf den Düsterwald nach, damit unsere Rindträgergruppe davon kommen kann. Und ja, eigentlich geht das relativ zügig voran. Also der Angriff dauerte bloß ein paar Stunden und wir werden dafür wahrscheinlich mehrere Wochen brauchen, bis wir am Ende der passenden Bereiche sind. Super, jetzt haben wir zwei von den Leuten und ich habe gerade mein Flächen-Aui verbraucht. Gut, der ist ja mal wieder passend. 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 So, jetzt steht der Endboss wieder auf. Und, ja, hat noch 5k. Und dann schicken wir ihn mal wieder dahin, wo er hingehört. Mit Stabschlag besiegt. So, damit hätten wir jetzt auch Kapitel 6 beendet. So, gesagt, getan. In der Aufnahme war ein kurzer Ruckler drin. Keine Ahnung, wie der zustande gekommen ist, aber egal. So, jetzt haben wir hier erst einmal noch, ähm, wieder mit den Längengramellen zu sprechen. Ihr habt Gwardnor und Gravolon keinen Augenblick zu früh in die Tiefen geschickt. Da, 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 sprech mit Taldir am Tala Taldir. Das heißt also, wir werden jetzt den Port nehmen. Hätten wir also vorhin doch den Port in die 21. nehmen können. Und, ja, wenn wir dann soweit sind. Tala Taldir ist ja glücklicherweise relativ zentral gelegen. Und dann können wir morgen mit dem passenden Buch beginnen. In aller Ruhe können wir uns dann, ähm, für Glorien vorbereiten. Beziehungsweise für den Düsterwald. Und von dort aus geht's dann weiter. So, wir haben wieder richtig gut Strecke abgekürzt. Jetzt sind es noch 400 Meter. Und wenn ich das so wieder mit einem Blick auf meine liebe Zeit sehe, sind wir auch noch sehr vorrangend drin. Ich dachte, die Instanz würde nämlich länger dauern. Also haben wir eigentlich jetzt am Wochenende mit diesen Sonderaufnahmen relativ viel Zeit und Strecke gut gemacht. Es gab am Freitag die reguläre Aufnahme, dann die Instanzaufnahme am Samstag. Und heute beenden wir die reguläre Aufnahme, ähm, mit dem Buch. Und, ja, das passt doch eigentlich alles hervorragend. So, Taldir, Taldir, Taldir. Ne, äh, Haldir, hier, Haldir. Fremden ist der Zutritt zum Goldenen Wald nicht gestattet. So, haben wir wieder eine Quest abgeschlossen. Der gute Wille der Galatrim ist nämlich die, äh, Endquest des Bereiches des Wasserwerks und der Spiegelhalle. Wenn wir dort alle Aufgaben gelöst haben, gibt's halt die Aufgabe zu lösen. Fremden ist der Zutritt zum Goldenen Wald nicht gestattet. Da, 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 da. Es gibt eine nächste Aufgabe dafür. Nämlich flammende Tiefe. Das heißt, das sind die Aufgaben für, die Instanzen in den Lodern der Tiefen. Aber unsere Hauptaufgabe betrifft jetzt erstmal hier. Kapitel 6. Vom Buch 8. Ich sehe euch wieder, wenn die rechte Zeit gekommen ist. Wir holen uns natürlich wieder das, was am meisten Money Money gibt. Und das ist mit 20 Silbern, glaube ich, definitiv wieder die schwere Hose. Und jetzt haben wir nur noch eine Aufgabe. Und das ist Buch 9. Vorwort, die dunklen Hose. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Weil das weiß ich so gar nicht. Zwei Kilometer, das könnte... Aha. Wir müssen rüber zu den Weinbergen. Da waren wir auch noch nicht. Ich glaube, das könnten wir in der Zeit schaffen. Das ist ein gemütliches, äh, gerade Ausreiten, mehr oder weniger. Das ist sozusagen einmal durch ganz Lorien durch. Da können wir jetzt ganz gemütlich auf Autoreiten gehen. Und dann brauchen wir einfach nur noch der Straße hier zu folgen. Na gut, die Straße ist jetzt gerade nicht wirklich eingezeichnet. Aber wir können auch mal wieder unsere Artefaktsuche mit aktivieren, weil hier am Seitenrand gibt es die Artefakte eigentlich immer in sehr hohes Stückzahlen. Also die werden hier nicht so irgendwo im Wald rumstehen, sondern die sind wirklich an speziellen gepunkteten Orten dafür aufgewahrt. Da vorne werden wir beispielsweise wieder welche finden. Zwei Stück gibt es an diesem kleinen Ort. Die werden wir auch mitnehmen. Wir werden dafür glücklicherweise nicht mehr abgemountet. Nicht viel früher. Und da ich, ähm, als ich das Handwerk gemacht habe für die Handwerksrollen, beziehungsweise für die Verteidigungsrollen, habe ich eine Menge an den Moria-Artefakten durchgeprügelt. Also in der Hinsicht brauche ich sogar echt wieder neue. Aber wie ihr jetzt gesehen habt, hier gab es jetzt drei Kästchen in diesem kleinen Bereich. Und das lohnt sich eigentlich ganz gut. So, weiter geht's. Wir haben insgesamt für drüben fünf freie Quest-Slots. Das heißt, ich muss nochmal zusehen, dass ich, ähm, sag eben schnell Schurke? Wieso habe ich denn den Schurken angenommen? Komisch, komisch, komisch. So, 16 Halle weg. Nebelgebirge, Moria. Ja, ich muss wie gesagt nochmal ein bisschen zusehen, dass ich hier ein bisschen weiterkomme. Wir haben einfach noch zu viele Quests offen. Aber je mehr Quests wir machen, desto mehr... Ja, wir müssen noch sieben Taten vollbringen. Und dann, ne. Nächstes Besuchungsfeld, 3945. Und dann haben wir wieder eine zusätzliche Quest. Das heißt, wir schließen noch eine Quest ab und dann kriegen wir wieder ein weiteres Quest-Feld. Und 50 Quest-Plätze brauchen wir nachher auch. So, jetzt sind wir auf Höhe von... Calas Caladorn. Ist wie gesagt hier drüben. Und jetzt reiten wir einfach nochmal kurz weiter. Hier vorne fangen dann auch schon gleich die Weinberge an. Und wenn wir dort angekommen sind, an den Weinbergen, hole ich mir noch schnell die Reiterroute, die da ist. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Dann haben wir eine gemütliche kleine Sonntagsaufnahme. Und ich habe mein Versprechen mit euch gehalten, dass wir am Montag dann mit dem Buch weitermachen in aller Ruhe. So, nochmal einmal schnell den Kreis der Ältesten entdecken. Wo wir schon mal da sind. Und hier sind die Weinberge Lordloriens. Ihr wisst ja, als wir hier mit den... Ne, Moment. Falsches Gebiet. Wir sind in Lordorien und nicht im Düsterwald. Weil hier vorne ist ja gleich noch das nächste Elbenkönigreich. Wir sind ja eigentlich hier. Und im Düsterwald weiter hier oben. Ne, lass mich mal eben kurz gucken. Hier. Weiter hier oben ist ja eigentlich das nächste Elbenkönigreich. Und dann ist ja hier hinten auch die Stadt Tal. So, da sind wir jetzt aber. Hier in den Weinbergen haben wir auch wieder Aufgaben. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Die Galadrim werden eure Hilfe benötigen. Das ist sogar eine einfache Aufgabe. Die nehmen wir so noch mit. Die können wir vielleicht die Tage nochmal mitmachen. Jetzt sind wir erstmal gemütlich in den Weinbergen. Und unser Questgeber sitzt hier vorne in einem Pavillon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gebiet ist eigentlich schön. Aber hier haben wir auch noch einen weiteren Tal. Oder eine weitere Flat. Aber der scheint nicht bemannt zu sein. Naja, egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier bemannte Dinger haben. Aber, naja. Ich muss die Dinger sowieso eigentlich nochmal weitersuchen. Ich hatte mich bereits gefragt, ob ihr nicht vielleicht an der ersten Überquerung teilnehmen wollt. So, wir haben das Vorwort. Wir werden jetzt mehr oder weniger morgen direkt in Lorien ankommen und drüben die Invasion starten. Dementsprechend sage ich einfach mal an der Stelle, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es morgen zum Krieg gerüstet wird. Und behaltet mich in Erinnerung. Bleibt mir treu. Entfehlt mich weiter. Und wir sehen uns im Krieg wieder. Tschüss.